Harvey ist 16 Jahre alt und leidet an Autismus. Er ist das älteste Kind von Katie Price und durch einen unterentwickelten Seenauf blind. Zugleich leidet Harvey an dem Prater-Willi-Syndrom, das sich in Form eines unstillbaren Hungergefühls und plötzlichen Wutausbrüchen äußert. Für seine prominente Mutter ist all das nun offenbar zu viel. Er ist mein Leben. In einem BBC-Interview erklärt Katie Price jetzt, dass Harvey eine Gefahr für sich selbst sei. Gerade der Alltag sei schwierig. Denn er wolle nicht mehr zur Schule gehen und zerstöre Gegenstände. Harvey's Vater, der Fußballer bei Tjord, unterstütze sie bei der Betreuung nicht, stellt das Model weiter klar. Katie Price hat mit dem 13-jährigen Junior, der 11-jährigen Princess, dem 5-jährigen Jet und der 4-jährigen Bunny vier weitere Kinder, die Angst vor ihrem großen Bruder haben. Die Unternehmerin erklärt traurig, ich tue alles für ihn. Er ist mein Leben, deshalb fällt es mir umso schwerer ihn wegzugeben. Aber es ist das Beste für ihn.